ja da auch noch so ein typ ja und auch du fliegst die schreien so lustig auch hier ist keiner oder mich jetzt und auch hier es war ernsthaft diese roboter da zu springen auch das weiter auch hier ist ein bisschen noch die kronfabrik planen auch hier schon noch ein paar springroboter händler ich kann nicht länger warten höchst du schaffst es nicht allein und wir können diese anlage auch nicht allein einig zusammen schaffen wir es ja gut also anscheinend muss ich nicht mal in das einzelne reingucken aber ich hab mir irgendwie gedacht dass sie hier im holokon drin verstecken entwickler ihr seid vorhersehbar aber nicht schlecht ich muss also jedes mal ich gucke mir bevor ich ein spiel kaufe meistens die bewertung ähm in ja in internetseiten an und jede jede die ich gesehen habe hat ja force an die 2 ziemlich zerrissen egal und ähm das spiel ist klasse finde ich also wenn ihr das seht könnt ihr ja sagen das spiel haltet im ganzen teil 1 wenn ihr den gespielt habt und wenn nicht ich finde es trotzdem gutes spiel wo bin ich denn hier es wird immer so mit teil 1 verglichen weil teil 1 die messer teil ziemlich hoch gelegt hat aber ich finde aber ich finde ich bin nicht allein da rein der dunkle lord wartet auf dich sie ist ganz nah general ich kehre nicht um der dunkle lord wir verlieren dein signal star killer warte genug diskussion ich muss es tun es scheint langsam zum schaudern zu kommen cool oh oh hochkopflos hä? ah hier ist so eine einbildung macht mir immer besser hier und ich kann auch die kamera nicht drehen hier ist gerade automatisch ja komm jetzt beruhig dich wieder kollege ich kann auch nicht wirklich springen ich kann einfach nur laufen ein körper gefüllt mit den erinnerungen eines toten wo kommt der davon her? stopp der wird getötet nee warum haben sie sie gefangen genommen? schon wieder und er wird hier geklont stellt euch mir Falkling was ist hier drin? so sieht aber nicht gesund aus der typ und was soll kopieren da aus dem schritt das ist das was ich denke was er aus dem schritt guckt zwischen die hier porno darsteller ah das ist immer besser hier muss ich langen ah ich kann die kamera auch wieder bewegen und ich suche halt nach holokons weil ich nicht denke dass sie ganz verstecken werden aber man weiß ja nie Juno da atmet er wieder wahrscheinlich kommt er jetzt um die Ecke gesprungen oh meine Güte nervt doch nicht wieder eine komische Illusion wo geht es jetzt drauf zu? wo geht es jetzt drauf zu? das Roboter? deine Rückkehr war doch nur eine Frage der Zeit jetzt wirst du dich mir unterwerfen oder du stirbst hier wo du erschaffen wurdest no showdown ich könnte es ja mit Machtwut versuchen aber ich schweige mir noch auf über den Endkampf ich glaube nicht dass es der ist du bist kein Mann du bist kein Mann du bist kein Exhibit hey wo ist ein Schwecketzinn ach komm was war denn das hier jetzt oh nicht mit mir nicht mit mir das du bist kein Mann du bist nur ein Schatten deiner und das sieht größer aus was macht er da? oh Starkeller-Klone vernichtet ihn geil und bekonnt das du bist einer von vielen du wirst sterben wie der Rest ja ja das sagen sie alle ich wusste es die Roboter hatte nur dazu um drauf zu springen jetzt wirft er hier mit Plattformen er hat mich wissen an den Kampf zwischen Imperator und Yoda auf Episode 3 das ist nicht dein Verbündeter ach da hast du enttäuscht mich du warst mal so cool als du noch springen konntest und was machst du jetzt hier? immer wieder den gleichen Tricks ich glaube ich bin und ich bin wieder ja Leute es ist mal wieder Upgrade-Zeit nicht mit mir da ist Aua 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 komm wir fand er nicht schwer aus du kannst du das? kannst du das noch? komm wir fern nicht schwer aus Ok, dann. Ja, ich hab' da noch. Ich hab' da noch nie gemacht. Stimmt, ich hab' da noch nicht gemacht. Kommt, erst bald. Aua! Oh! Ich werde dich tausendmal zerstören. Erst ein paar Lips antäuschen und dann so drauf fallen. Schon wieder das gleiche? Hatten wir doch schon mal. Nutze deinen Hass! Zerstöre mich! Warum sagen sie es das immer? Zerstöre mich! Töte mich! Nimm mich von hinten! Die Tricks kennen wir doch schon alle. Jetzt fängt das schon wieder an. Beklappt nicht mit mir das? Finde ich so glücklich, oder? Komm noch rein! Ui, das war cool. Hatte mein Konter gekontert. Ich werde dich ersetzen. Wieder und wieder. Können wir ein bisschen Macht-Tennis spielen. Komm her! Stell dich mir! Oh, mach mich alles kaputt! Macht doch so keinen Spaß! Und jetzt einmal zu! Und du schickst wieder zurück! Und ich ebenfalls wieder zurück! Das Spielchen kennen wir doch! Das Mord hat das genauso gespielt! Vielleicht von hier geht das besser! Und so! Und so! Und wieder zurück! Unternehmend! Verdammt! Sein Leben gehört mir! Och, kommt das! Wie lange wollen wir das Spiel noch spielen? Die haben den hinten warten! Die wollen einen Kampf haben! Und nicht so einen Lenkel wie hier! Hm! Okay, du holst sie wieder zurück! Und ich mach sie dann nach oben! Und klickst ebenfalls wieder zu dir zurück! Zack! War's das jetzt? Ist da genug? Ich habe dich erschaffen! Und jetzt zerstöre ich dich! Ach, verdammter Leben! Ja, Leute! Es tut mir leid! Dieser Kampf ist echt... Lame! Ich versuch's nochmal drüber springen! Ich versuch's nochmal drüber springen! Oh, cool! Geht ja sogar! Tut mir leid! Machen wir jetzt den Gaschen wieder an! Ich werde immer dein Meister sein! Und du wirst immer ein Sklapp! Oh! Oh! Hat der Lichtschwert werfen! Ich wusste's gar nicht! Oh! Hat der Lichtschwert werfen! Ah! 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 Aua! Und das Radar kann sich noch teleportieren, ist das nicht cool? Jetzt! Leute, ich trete gerne nicht, der ist alt! Ich werde dich zerbrechen! Haha! Ich werde dich zerbrechen!